Verarbeitetes Fleisch ist krebserregend und rotes Fleisch ist wahrscheinlich krebserregend. Das ist für Speckliebhaber wie mich wie ein Schlag ins Gesicht. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Gedanken gemacht und möchte euch ein paar Alternativen vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sachen kennt, die man früher als Kind gegessen hat, die man quasi sich mit einer Tüte in den Mund geschoben hat und dann pitzelt das da alles so auf der Zunge. Das war normalerweise so Bubblegum oder irgendwie, keine Ahnung, Strawberry. Ich habe jetzt das gleiche in Speck-Geschmack gefunden. Ich bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Ich probiere das jetzt einfach im Video aus, damit ihr gleich wisst, wie meine Referenz dazu ist. Das heißt, ob es wirklich sein Geld wert ist oder nicht. Quasi so ein kleiner Haul jetzt für euch. Andere machen DM-Hauls oder irgendwelche Fashion-Hauls. Ich mache jetzt den Speck-Haul. Ja, so sieht das aus. Boah! Das riecht wirklich richtig... Das riecht wirklich wie Speck. Boah! Also ich liebe Speck, aber das ist... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich packe. Also gerade habe ich das Bedürfnis, alles wieder auszuspucken. Dieser Rauchgeschmack dabei. Also im Grunde kann man sich quasi so richtig, richtig heftigen Räucherspeck vorstellen, der dann im Mund auf einmal spitzeln anfängt. Und dann aber halt auch noch irgendwie künstlich. Sorry, ich muss jetzt kurz was trinken. Empfehlung kann ich dafür jetzt nicht aussprechen. Nächstes. Damit man jetzt gleich beim Essen bleibt, damit ich dann danach erst mal mich wieder erholen kann. Ein Specklabello. Ich dachte mir so, Mensch, kaufst du dir Marga? Dann musst du es nicht essen, aber hast du es trotzdem auf den Lippen und schmeckst es. Ich hoffe, das ist wirklich besser jetzt als dieses Bitzelding. Ja, es ist nicht so ganz so penetran. Also es riecht nicht ganz so penetran wie das andere. Aber dafür ein bisschen künstlicher. Noch künstlicher. Also schmeckt nach gar nichts. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich vorher diese... andere Geschichte wunderte und die so penetrant ist, dass ich sowas jetzt gar nicht mehr schmecke. Also so ganz leicht, so ein Hauch, aber es ist kaum eine Rede wert. Und es steht auch wirklich drauf, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich verarsche euch. Das ist nicht nur im Design von Bacon, sondern da steht auch drauf. Bacon flavored, lip warm. Wie macht man das? So, ne? Das war doch immer das, was die YouTuber machen. Egal, wo du das wahrscheinlich auspackst, es fragt mich jeder danach. Jetzt Gott sei Dank nichts mehr zum Essen, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich jetzt auch übergeben irgendwann, zum Geschenke einpacken, beziehungsweise wenn man irgendwas zum Verkleben hat. Ich würde jedes Mal Hunger bekommen, wenn ich das sehe. Typischer Tesafilm. Nur eben nicht ganz so typisch, weil es ist ja Speck drauf. Klar. Ich dekoriere jetzt mal eine Wohnung um und klebe über Speckstreifen hin. Oder man macht einfach einen auf Speck India. Ne, das geht nicht. Innovativ weitergedacht. Also, ganz nette Idee. Vor allem für Leute wie mich. Ich frage mich, warum mir das noch keiner geschenkt hat, weil es wäre im Grunde so einfach, mir eine kleine Freude zu machen. Jetzt kommen wir auch schon zum Letzten. Ich hoffe, es ist gut. Weil sonst habe ich echt den Megafail geliefert. Wie heißen die? Refresher fürs Auto? Natürlich auch im Speck-Design. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das riecht. Weil wenn das geil ist, dann hänge ich mir das tatsächlich ins Auto. Also, da kenne ich nichts. Yay, es ist nicht so penetrant wie der Rest. Boah, das könnte... Also, im Moment erinnert es mich eher an Schweinefutter als an, naja, Entschuldigung, gebratenes Schwein. Aber, ich glaube, wenn sich der Duft erst mal entfaltet, dann kriege ich natürlich auch immer richtig Hunger im Auto, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Also, irgendwie sollen das im Grunde Lustmacher auf Speck sein, was ja wiederum Schwachsinn ist, weil wir wollen ja Speck vermeiden. Also, einen richtigen Ersatz habe ich jetzt leider nicht gefunden. Naja, es geht halt einfach nichts über Speck-Speck. Da habe ich auch... Da kann ich euch noch... Wisst ihr, was in meiner Wohnung steht? Moment. Also, das ist im Grunde mein Lieblingsbild. No sleep till breaken. Sagt eigentlich alles. Ich habe euch mit dem Video zumindest ein bisschen Freude bereitet und ihr nehmt das Ganze natürlich nicht so wahnsinnig ernst. Ja, ich meine, wie soll man mich jetzt gerade auch ernst nehmen? Ich hänge mir das jetzt erst mal ins Auto und ich berichte euch, wie sich der Duft so macht. Im Auto. Sure. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.